So Leute, wir wollen an der Stelle einmal weitermachen. Da habe ich vergessen, mir was zu trinken zu besorgen. Aber egal. Oh no! Achte auf die Schattenkreaturen, die an der Decke hängen. Ja, Navi! Oui! Wir werden erstens darauf achten und zweitens werden wir uns übelst in den Kampf stürzen. Wey! Komm her! Feischling! Nein! Wir fallen hin! Und da ist das Scheißding wieder an der Decke. Stirb! Komm her, ihr Klein. Mistviecher, jetzt würgen sie mich! Ey, hör mal auf! Soweit ich weiß, habe ich keine Herzen mehr. Das wäre ärgerlich, wenn wir jetzt schon weggehen. Ach, Herzen, 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 Feen, meine ich. Herzen haben wir natürlich. Nicht nur, mein Gott. So, toll. Und jetzt? Schlüssel! Ja, Navi! Versuche die Gitterstäbe an der Scheiße zu öffnen, ich weiß. Ja, toll. Äh, was soll das? Kein Schlüssel in Sicht. Äh, nun gut, machen wir hier nächstes Mal weiter. Wissen wir aber schon mal, dass es dort einen Schlüssel gibt. Ist auch schon mal gut zu wissen. Äh, ein Schlüssel gibt eine verschlossene Tür. Mein Gott, was laber ich hier? Das ist ja nicht auszuhalten. Wenn ich das selber anhören würde, ich glaube, ich weiß allmehr. So, was ist hier? Ah, geil. Noch eine verschlossene Tür. So viele verschlossene Türen und überhaupt keine Schlüssel. Achte auf, die Schatten der Kreaturen alle an der Decke hängen. Ja, Navi, achte darauf, dass dich keiner in den Sack stopft und wegsperrt. Mein Gott, ey. Die Karte. Wunderbar. Wer will denn die Karte schon? Äh, aha. 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 Aha, aha. Was macht Navi da wieder? Die macht dauernd Faxen. Dauernd wird es irgendwo grün und ich weiß nicht warum. Okay, nun gut. Wollen wir gucken, was hier ist. Ja. Das ist ein Spiel für mit Auge der Wahrheit. Haben wir nicht. Äh, stürzt mal ab. Nein, natürlich nicht. So. Einen Schlüssel erhalten. Wonderful. 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 Äh, was das Bild da soll, weiß ich nicht. Was soll die Fratze? Ne Fee! Ich glaub's nicht. Kommt da ne Fee raus, Leute. Wat ist dat denn für ein Bild? Hallo. Und zwar die richtige, nicht dich, Link. Ho, ho, ho. So. Come here and take the boomerang. Not. Das hat man da nicht. Not, not, no nothing. Not else. We want to have the bumps. Bumps, bumps. We want to have the bumps. So. So. Alright, Link. We play fall down in the play. So. Okay. Hier war, hier, hier was, noch ne Tür. Boah, ist mein Englisch spät, ey. Oh, rip, rip. Ah. Oh, no. Wow. I think. Wait. Wait. Was ist hier denn alles los, Leute? Das geht so gar nicht. Mein Gott. Komm, komm, komm. Wait. Ich hab ja die Hoffnung, dass man irgendwas Tolles bekommt, wenn man alle Gegner besiegt. Nichts. Nur so ein dämliches Gultulla-Ding. Hallo? Äh, wo ist der Schlüssel? Ey, ich will einen Schlüssel haben. Leute, das haben wir uns doch verdient. Och, nö. Für so ein billiges... Och, nö. Nee. Och, toll. Ja, super. Ja, da waren wir eben auch schon mal. Ja, ähm... Jo, 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 jo. Yes, yes, jo, jo, yes, 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 jo. Jo, dann waren wir hier fast überall. Müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie die Schlüssel zusammenkriegen noch. Da ist eine verschlossene Tür. Da ist eine verschlossene Tür, da ist auch was hinter hier. Aber wie kommen wir denn da hin? Weiß ich nicht. Gehen wir einfach mal, ja, welche verschlossene Tür nehmen wir. 50-50 Poker ist das, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen erstmal hier rein und wenn das nicht klappt, wenn das da falsch ist, wenn wir da dann hinterher nicht mehr weiterkommen, dann nehmen wir einfach die andere Tür. Wir haben ja die Möglichkeit des Quick-Saves zum Glück. So, komm, zack, weg. Tür auf, Türchen auf, link rein. Schattenhände können mich mal. Ab in die Tür, mehr wollen wir gar nicht. Achso, das war die verschlossene Tür und hier ist ein Schlüssel drin. Nein, ist nicht. Aber sowas. Äh, aha. Aha. Muss man das jetzt verstehen? Nö, ne? Wofür ist das denn jetzt schon wieder gut? Egal, wie gesagt, wir haben den Quick-Safe, wir können alles ausprobieren, Leute. Deswegen hatte ich das Ding wahrscheinlich auch so ätzend in Erinnerung, weil man dauernd runtergefallen hieß, hier, weil man dauernd falsch gegangen ist. Und man in dem normalen, ja, was heißt denn im normalen, auf dem, äh, auf der Konsole ja nicht zwischendurch speichern kann. Deswegen ist mir das Ganze wahrscheinlich so dermaßen auf den Nerv gegangen. Weil jetzt, finde ich, geht's eigentlich. Also, wollen wir mal gucken. Interessant, wo sind wir hier? So, wenn da schon das Auge der Wahrheit drin ist, dann lass mal den Rest getrost sein. So, einmal speichern, einmal runter. So, Hymne der Sonne, wenn ich wüsste, wie sie geht. Rechts unten oben. Wonderful. So, alle einmal so. Wir nehmen das Auge. Und wenn da nur der Kompass drin ist, ne? If there is a Kompass in, I cry. Nein, das Auge der Wahrheit, Leute, ich glaub's gar nicht. Im zweiten Part von dem Scheißbrunnen haben wir's gefunden. Yup. Oh, we are the champions. Leute, ist das nicht geil? Doch. Das ist, das ist einfach nur toll. So. Und wir werden mal gucken, ob man denn die Kantate des Lichts auch in dem Tempel spielen kann. Oder im Brunnen. Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Falsch. Genau zur Zitadelle der Zeit wollen wir, weil wir müssen den Link wieder in seine, ähm, erwachsene Statur bringen. Jo, in zwei Parts dem Brunnen durch, bin ich sehr zufrieden mit, Leute. Wirklich sehr zufrieden. Hätte ich nicht gedacht, dass wir durch den Mistbrunnen, wenn man so sagen darf, so schnell durchkommen. Hopf, hopf, hopf. So, dann machen wir uns nämlich nochmal erwachsen. Jo, we make us big. Hopf. Und jetzt nochmal, ich meine, wir haben hier nämlich jetzt alles, was wir brauchen für den Schattentempel. Und jetzt nochmal, die Nocturne des Schattens. Links, rechts, rechts, ah, links, rechts, unten. Links, rechts, rechts, ah, links, rechts, unten. Komm, beeil dich, Link. Du videos and quickly zum Friedhof. Ja, da wollen wir hin. So, im nächsten Video, ich kündige schon mal an, wird es einen Gast geben, Leute. Wer das ist, verraten wir noch nicht. Er wird mit mir den Schattentempel bestreiten, bezwingen. Und deswegen würde ich ab hier sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Begleitung wieder. Bis dahin, euer Table Tennis Gamer. Ciao.